Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Studierende, herzlich willkommen zur Vorlesung Sprache und Raum. Wir werden uns heute beschäftigen mit einem Thema, das direkt an die letzte Sitzung anschließt. Wir hatten uns da auseinandergesetzt mit dem Thema der ORIO und dem Organon-Modell von Karl Bühler und ich würde heute sehr gern die Sitzung widmen einem Thema, das bei Bühler unbedingt mitbehandelt wird. In diesem Kontext nehme ich der sogenannten DEXIS, das heißt dem sprachlichen Zeigen und Verweisen. Und ich würde das ganz gern kombinieren mit einem Ansatz, der aus ganz verschiedenen Perspektiven bespielt wird, nämlich dem der Perspektivität. Und hier würde ich ganz gern zunächst heute für die Vorlesung auf Köller zurückgreifen und andere Ansätze aussparen, denn die werden uns noch begegnen im Zusammenhang mit der sogenannten kognitiven Linguistik. Denn da spielt auch die Frage der Perspektivität eine wirklich entscheidende Rolle. Kommen wir aber zu der Frage der Stimmkörper im Raum, also dem Verhältnis unserer Körper als SprecherInnen und im Raum zum Thema der DEXIS und Perspektivität. Zur Literatur muss ich nicht viel sagen. Einleitend hatte ich jetzt schon Karl Bühler und Wilhelm Köller erwähnt. Auch mit diesen beiden werden wir uns heute zentral beschäftigen, in der Hoffnung, dass Sie Geschmack an beiden Inhalten finden und die ein oder andere Gelegenheit nutzen, doch einmal in den Reader von Ludger Offmann hinein zu plättern. Der lohnt sich tatsächlich, bietet vielfältigste Möglichkeiten des Anschlusses an aktuelle Theoriedebatten, an Methoden. Aber falls Sie von außen hören, versuchen Sie ihn bitte nicht zu kaufen, sondern jemanden zu ermuntern, in einem Bibliothekszugang, in einer Universitätsbibliothek Ihnen diesen Zugang zu ermöglichen, zu diesem großartigen Reader, der sehr zentrale, wichtige Texte vereint. Nicht umsonst wird er im Mittelpunkt des neu eingerichteten Lektürekurses stehen, wie wir ihn für die Bachelor- und Lehramtsstudiengänge ab dem nächsten Semester etablieren, vor allem für die Lehramtsstudiengänge und nutzen Sie die Möglichkeit, einmal dorthin einzupressern, auch im Hinblick auf das nächste Semester. Wenn wir von der Origo oder dem Organe-Modell her kommen, hatte ich beim letzten Mal das Zitat von Karl Bühler schon ausgewählt. Schlussendlich kommt alles vom Zeigen her und dieses Zitat zum sogenannten Zeigfeld würde ich Ihnen ganz gern vorlesen. Die Arm- und Fingergeste des Menschen, der unser Zeigefinger den Namen verdankt, kehrt nachgebildet im ausgestreckten Arm der Wegweiser wieder und ist neben dem Sinnbild des Pfeils ein weit verbreitetes Weg oder Richtungszeichen. Moderne Denker wie Freier und Klages haben dieser Geste verdiente Beachtung geschenkt und sie als spezifisch menschlich charakterisiert. Es gibt mehr als nur eine Art gestenhaft zu deuten, doch bleiben wir beim Wegweiser. An Wegverzweigungen oder irgendwo im weglosen Gelände ist weithin sichtbar ein Arm, ein Pfeil errichtet. Ein Arm oder Pfeil, der gewöhnlich einen Ortsnamen trägt. Er tut dem Wanderer gut Dienste, wenn alles klappt, wozu vorweg nötig ist, dass er in seinem Zeigfeld richtig steht. Kaum mehr als diese triviale Einsicht soll mitgenommen und die Frage erhoben werden, ob es unter den lautsprachlichen Zeichen solche gibt, welche wie Wegweiser funktionieren. Die Antwort lautet ja, ähnlich fungieren Zeigwörter wie hier und dort und, das nicht auf diesem Zitat, auch Nennwörter. Also wenn wir zum Beispiel sagen, dann weisen wir auf eben eine solche Entität, die Baum bedeutet. Gehen wir ein Stück weiter, nämlich auf ein Beispiel, das ich gerne mit Ihnen hören möchte. Und zwar hier sehen Sie zwei Verse aus dem Prechorus von Westerland, den Erzen. Erstmals erschienen 1988, wir hören uns aber heute gemeinsam die Fassung, die Unplugged-Fassung an vom Album Rock'n'Roll Realschule. Sie kennen das Prozedere, ich habe den Link hier in den Slides platziert, platziere ihn ebenfalls in der Beschreibung zum Video, verweise auf YouTube und Spotify und würde ganz gern mit Ihnen jetzt das Lied gemeinsam anhören. Es geht ein Stück länger, aber glauben Sie mir, es lohnt sich. Wer die Lyrics mitlesen will, dem sei schon empfohlen, dass er jetzt bitte im Miro-Board zur Vorlesung das PDF dazu aufruft. Das ist jetzt schon verfügbar. Gut, ich rufe Sie die Seite bitte auf, ich starte den Counter und viel Spaß beim Hören. Gut, ich rufe Sie die Seite bitte auf. 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 Vielen Dank. 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 Es ist das andere Dinge zu sehen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. ... 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